einen wunderschönen guten abend und willkommen zurück bei pps welt aktorio stappel 3 jetzt heißt es krass torio faktorio krass torio oder einfach nur krass torio ich denke viel muss man über die man nicht mehr erzählen ihr findet sie zu haupt auf youtube haben auch viele auf twitch gespielt jetzt gehöre ich auch zu denen natürlich ein bisschen später weil ich einfach später mit faktorio angefangen habe ich hole euch rein hier kurze einstellungserklärung größe etwas erhöht auf 150 reichhaltigkeit auf 200 häufigkeit gelassen klippen klippen raus wasser runter feuchtigkeit hoch startgebiet um 33 prozent habe ich mir mehr gegönnt aber ich nicht sofort feindbasen habe hier habe ich sogar schon eine relativ nahe rest ist einigermaßen weit weg das ist unser start hier alles nebeneinander hier oben sogar ein neues eisenfeld das ist einigermaßen reichweite bin gespannt wie gesagt den start an sich habe ich schon mal gespielt ich jetzt kurz erwähnt ich habe ungefähr 53 nicht ungefähr ziemlich genau 53 minuten erfahrung in kass torio dabei geschnuppert und jetzt geht's los alles andere ist eingestellt wie immer karten sieht seht ihr hier oben wer interesse dann danach hat nach dem let's play oder während des let's plays los geht's so da sind wir weiß dass sie mittlerweile sehr viel mehr fragteile am anfang gibt wo man dann auch reisenplatten rauskriegt deswegen heißt es erstmal das ganze zeug erstmal einsammeln wobei habe ich denn ja gut ich hätte tatsächlich auch schon ein erzförderer aber einer reicht nicht kann ich einen bauen ich kann einen zweiten bauen dann könnte ich eigentlich kurz runter moment meine finger auf die richtige taste weil ich nämlich schon mal anfangen hier ein bisschen kohle zu fördern los geht's und dann gehen wir wieder hoch und sammeln mal das ganze zeug ein so ich kann natürlich auch schon diese blinkenden teile hier hier einen am anfang unterstützen mini fabrikatoren ich habe übrigens noch ein paar kleinere mods installiert falls ihr interesse habt dann gebt mir einfach bescheid dann sage ich euch was es ist unter anderem habe ich den mod für die reichweiten bisch sentinel achso das sind diese mini verteidigungstürme ich erinnere mich ich habe den reichweiten mod es fehlt mir schmelzofen vor schmelzofen fehlt mir stein ich sammle jetzt trotzdem erstmal die teile hiervon ein hoffnung da ist noch was drin aber mich hat das einfach tierisch gestört dieser immer dieses ist außerhalb der reichweite jetzt finde ich es tatsächlich auch nicht so mega gut weil ich kann jetzt theoretisch den hier machen und kann einfach den baum hier abbauen das finde ich tatsächlich auch ein bisschen blöd ich werde es auch nicht übertrieben oft benutzen ich glaube schon in die richtung weil wenn ich mir zwar sparen aber ich finde es irgendwie ein bisschen blöd dass es jetzt so möglich ist quasi auf der ganzen karte habe später mit radaren könnte ich auf die ganzen karte jetzt bauen vielleicht sage ich mir irgendwann okay vergiss es ich mache das trotzdem weil es soll halt so sein hier oben ist noch stein aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht ob es hier steine mit mit erz drin gibt ich weiß nur wir brauchen sehr viel holz beginnt für die forschung dann werde ich auch ein paar räume fällen müssen so dann lasst uns mal das hier raus nehmen und dann die ersten erzförderer aufstellen vier stück habe ich auch schon gelernt dass sie ja nicht mehr einzeln produziert wird wenn man das immer zehn sind weshalb es sinn macht und vor allem rezepte genau rezepte das war was im moment alt einstellen so rezepte muss man wissen so geht noch mehr nein dazu fehlt mir jetzt das eisen so dann lass uns mal ein bisschen holz fahren dann brauchen wir gucken dann kann man auch schon die erste forschung starten denn da oben haben wir ein kleines forschungslabor so brauchen strommasten wir sind gruppe hatte ich ja wo ist mein strom hier oben so so das sind das im jeweils fabrikatoren dieser kleine ich darf so das sind diese kapseln genau weiß nicht kriege ich hier was ja ein kupferkabel sogar da liegt sogar noch ein metallplatten drin hier auch noch mal kupfer die alten mit den alten trümmerteilen kriegt man nicht es ist nur die frage welche davon waren die alten ich glaube das hier ist zum beispiel so ein altes also so ein ursprüngliches vanillatrimmerteil ne doch nicht aber das hier ist ein vanillatrimmerteil gut das steht glaube ich auch dran da ist nämlich dieses äh gastorium mod da kriegt man tatsächlich noch was raus ok ähm nochmal zwei davon und zwei davon und dann können wir nämlich ein bisschen rupfer holen so das können wir rausholen hier können wir ein bisschen nachlegen das bleibt wie gesagt immer wieder stehen ich weiß die meisten kennen das spiel äh weil es muss jetzt immer aufs äh äh 10 gewartet werden äh so deswegen habe ich in meinem probespiel äh dann von beiden seiten befeuert das können wir da auch machen aber halt müssen wir erstmal die grundversorgung aufbauen bevor hier überhaupt mal was anders geplant werden kann so wunderbar ich kann noch einen weiteren bauen bräuchte aber zwei weitere was fehlt mir dafür stein fehlt mir ok ähm gibt es hier noch irgendwo steine ich sehe jetzt im ersten moment tatsächlich keine gibt es steine ich sehe keine nein ausschließlich holz ausschließlich holz na gut dann muss ich meinen einen ähm zweiterer hier auf den auf den stein platzieren obwohl ich gerade keine muss ich mir holen so dann machen wir mal eine kiste und dann muss er hier mal rein fördern so jetzt können wir nicht noch einbauen genau so und den kann ich dann hier hinstellen so ok dann holen wir uns mal hier ein bisschen Eisen ab ja klar stein fehlt klar so hier habe ich natürlich kein Rezept eingestellt ja das ist auch was das werde ich wahrscheinlich noch ein paar mal vergessen weil das einfach neu ist dann Rezepte in den Schmelzöfen einstellen muss so dann haben wir hier ja das Forschungsmodul da sollte ich Forschungs ich kann eins bauen weil ich nämlich kaum Kupfer habe deswegen lasse ich das erstmal und das sind meine Fabrikatoren hier kann ich ein paar Eisenzahnräder machen hier unten kann ich ein paar ein paar Kupferkabel machen wenn ich dann das Material habe ok haben wir schon was nein aber hier haben wir bestimmt wieder was genau so dann hole ich mir mal rein eins zwei drei vier fünf sechs gut den siebten war ich natürlich auch aber die ersten sind hier oben gedacht so 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 und dann haben wir hier mal so eine typische Reisenschnecke und hier haben wir einmal den hier dann geht das Ganze hier nämlich schon schneller so rein bitte hier neue jetzt haben wir Kupfer sehr schön könnte die ersten bauen also die vier reichen wir jetzt noch nicht für den Beginn aber äh beziehungsweise ich werde es nicht bei vier belassen aber jetzt für den Anfang das mal die das mal alles von Grund auf aufgebaut ist die erste Versorgung steht so so von 121 sehr schön so Eisenplatten raus bitte Kupferplatten raus noch einen hohen Hetz am klein mal wieder dann gehe ich doch da mal wieder rüber holen wir den Stein 1 2 3 4 5 6 7 ok ich mache allerdings auch noch Stein 1 2 3 4 5 6 7 ok ich mache allerdings auch noch Stein 2 1 1 1 5 7 5 6 7 8 11 11 so ach so, ja genau, schießt drauf, genau. So, Rezepte. So, wir machen auch eine 1, 2, dann geht wieder der Stein aus. Dann davon. Weißenplatten. Die letzten 10, die haben wir drüben in den Stein rein. So, gut, dann läuft das jetzt erstmal. Dann kann ich mich jetzt das erste Mal um ein bisschen Forschung bemühen. Fünf Stück darfst du mal machen. Hier fehlt auch mal wieder das Rezept. So, danke. So, okay, und hier oben habe ich ja Montagemaschinen eingestellt. Hier gebe ich mal die Hälfte. Kannst du mal ein paar Kupferkabel machen. Und du darfst jetzt mal... Auch die Kapazität hat sich erhöht, habe ich gemerkt. 200 passen jetzt meistens rein. So. Erst fünf Forschungsdinger sind da. Ich erforsche natürlich als erstes einen Automatisierungskern. Dann, um Strom zu generieren, muss ich direkt über die Flüssigkeitsbehandlung gehen, weil wir nämlich dann hier runter gehen und direkt die Stromdinger machen. Und dann gehe ich in die Automation. Und alles weitere sehen wir dann wahrscheinlich Militär. Die Schürzen aus. Na gut, noch gar kein Problem. Hier oben ist ein Einzelner. Aber die haben einen Durchgang. So. Also, das Gute ist, bei jedem Einzelnen werden fünf gemacht. Also, das sind jetzt 15, die ich hier produziere und nicht nur drei. Wie man sieht. So, jetzt habe ich fünf Stück bekommen. So, Strom haben wir nur bedingt. Wir sind hier auch schon im Minus. Allerdings gibt es ja hier was Neues für den kleinen Anfänger. Windturbinen. Das ist eigentlich ganz geschickt. So. Einmal. Hier hinten ist schon wieder aus. So, einmal rausholen. Hier einmal rausholen. Das hier einmal rausholen. Und ihr seht, ich laufe schon in die Richtung, wo ich abholzen will. Also, ich mache jetzt nicht das, was theoretisch möglich wäre. Weil dafür habe ich den Mod nicht geholt. Ich habe den Mod tatsächlich dafür geholt, dass ich eben nicht hier stehe und da oben was nicht bauen kann. Also, mir ging es hauptsächlich ums Bauen. Weil das mit dem Handfarben, das ist ja eh jetzt nur am Anfang. So, Eisenplatten. Kupferplatten. So. Die zehn Forschungsdinger. Genau. Strom, genau. Diese Windturbine liefert zwar nicht viel, aber die liefert genug. Moment. Da komm, ich gebe dir all meine Platten und dir gebe ich auch noch ein paar Platten und dann hole ich mir die raus. Und die hole ich mir raus. Das erspart mir nämlich schon einiges. So, weiterforschen. Da habe ich natürlich kaum Kupfer, aber dafür Kupferkabel. Die zwei brauche ich jetzt nicht unbedingt, weil das sind nur kleine Maschinen. Da kann man tatsächlich nicht viel drin machen. So ein paar Sachen. Vielleicht schließe ich sie noch an. Brauche ich allerdings mehr Strom. Machen wir nochmal vier von den Dingern. Ich glaube, ich mache oben noch Kupfer. Erweitere ich noch ein bisschen. Auch hier ist es so, dass es nicht mehr 50 reingehen, sondern ich glaube, bei 100. Weshalb dieses, das Vollauffüllen in dem Sinne was bringt, das es natürlich ewig hält, aber auch unheimlich viel Verbrauch. Und so viel kann man am Anfang gar nicht gar nicht reinholen. So, einmal hier, einmal hier und hier. Und dann euch bitte jetzt morgen. wieder habe ich es geschafft, dass das die 1 auf die 2 runter springt. Das hat immer noch keiner gesagt. Also, hier entweder hier im Twitch-Chat, wenn sich einer erbarmen möchte, oder bei YouTube in den Kommentaren. Fragt es mir bitte. Ich weiß es einfach nicht. Wie schaffe ich das, dass die zwei Felder sich verdrehen? Es muss irgendeine Tastenkombination sein, nicht auszusehen drück. So, aber ich verbinde sie jetzt doch mal. Ich habe aber keine. Machen wir mal fünf Stück. So, weil dann kann ich nämlich hier Eisensplangen und hier Eisenspläger, beziehungsweise umgekehrt. Dann bekommst du die Hälfte und du bekommst ein bisschen was. Hier ist noch zu tun. Hier auch noch. Ich habe gar keine Forschungskarten mehr. Sollte ich natürlich auch noch welche machen. Also, es gibt da noch diesen Unterstand, den man bauen kann. Ah, hier geht da auch der Sprit aus. Ich habe gar nicht geguckt, wie groß die Felder eigentlich sind. 1,1 Millionen, eine Million, eine Million und 500.000. Hier oben haben wir 3,1 Millionen und das Kohlefeld hat 1,7 Millionen. Okay. Gut. Dann mal Kohle her. wieder austeilen ein bisschen. Wow, wieso habe ich jetzt das Rezept verändert? Was soll das? Was war denn das? Was hat denn das Rezept verändert? Hat er vor allem das hier? Ja, kriegst du 80 Eisenherz? Bitte, Attacke. Was habe ich jetzt gerade nicht verstanden? Hat er das noch noch gemerkt von dem hier? Moment, das brauche ich allerdings hiervon. Was fehlt mir? Mir fehlt wahrscheinlich vielfält mir Holz. Dann holen wir mal die ganzen Zwischenprodukte ab. Hier kann man noch ein bisschen was reinhauen. Automatisierungskern. Das reicht nicht. Ich brauche noch mehr. Ich mache ja gerade Strommäßig. Ja, ist immer ein bisschen unterdimensioniert. Ich glaube, da reichen selbst die nicht. Ja, das reicht nicht. 461 Watt bräuchte ich. Aber ich mache nicht genügend. Das heißt, wenn das hier leer gelaufen ist, dann lasse ich es auch leer. Das ist jetzt schon wieder. Warum hat er jetzt das Rezept gelöscht? Und warum hat er hier das Rezept gelöscht? Was soll das? Bräuchte ich die falsche Taste? Scheinbar. Ja, dafür reicht es auch nicht. Da bräuchte ich noch eine Windturbine, um auf eine Fabrik alles auszulasten. Ah, ich drücke die falsche. Ich habe, glaube ich, immer die falsche gedrückt. Hast du noch? Ne, du hast nichts mehr. Und die Hälfte. Verplatten bitte. Mit Eisenplatten. Ohne. Wie schaut es mit der Verschmutzung aus? Noch kein Problem. So, die erste Forschung ist beendet. Der Automatisierungskern. Kann ich natürlich jetzt auch schon produzieren. Ich glaube, das mache ich auch hier. Okay, jetzt schon angehalten. Verdammt. So, Greifarmteile wären natürlich auch was Schönes. Also brauche ich die Eisenstangen. Eigentlich wollte ich Automatisierungskern nicht machen, aber die gehen, glaube ich, gar nicht, oder? Ne, die kann ich hier gar nicht machen. Also, in denen kann man nicht alles machen. Sie sind nicht langsamer. Das habe ich bemerkt. Sie sind gar nicht langsamer wie jetzt die normalen Fabrikatoren. Also, das kann man nicht sagen. Zumindest ist mir jetzt nicht aufgefallen. Aber man kann halt nur begrenzte Dinge drin machen. Man kann nicht alles produzieren, denn gerade, ja genau, der Automatisierungskern ist hier. Den kann ich gar nicht produzieren. in denen, wie gesagt, er steht nicht zur Auswahl, weil es zu komplexes Rezept wahrscheinlich ist. So, die sollte ich natürlich auch schon mal machen. Eisenplatten und Eisenzahnräder, dann hauen wir ein paar raus. Und natürlich wieder zu wenig Strom da oben. So, die ersten 25 Minuten sind schon um. arg weit gekommen sind wir nicht. Also, es dauert dann doch ein bisschen länger wie beim Vanillagame. Man hat auch erst solche Sachen wie eben die richtige Stromproduktion erstmal hindringen muss. Aber ich bremse mich natürlich auch ein bisschen selber aus. Das läuft nicht. Ah, hier. Ah, hab schon 100 Fließbänder. Mach ich mal die restlichen Forschungs... Ach, die hab ich schon drin. So, die ersten Greifarm-Automatisierungs-Dinger. Das lasse ich auch zu Ende laufen. Also, wenn die produziert sind, sind die fertig. Ohne, davon brauche ich definitiv noch mehr. Deswegen alles rein, was ich habe. Wollen wir uns lieber Neues. Das sind halt nur 155 Stück. So, hier ist ein Ball. Muss ich erstmal gar nicht erweitern. Brauche ich erstmal nicht. Hier ist es noch 175 drin. Brauche ich erstmal gar nichts machen. So, soweit... Ah, okay. Flüssigkeit ist durch. Jetzt müssen wir die Dampfmaschine machen. Ich brauche noch mehr Holz. Wo ist denn hier noch ein Wald? Hier unten. Muss nämlich noch ein paar Forschungskarten machen. Damit das auch weiter geht. So, dann machen wir noch 10 Stück. Und die Fließbinder kann ich gleich auch hier runterlegen. Aber diesen Unterstand habe ich ja auch gesehen. Aber ich weiß noch nicht, wo ich den platzieren soll, ehrlich gesagt. So, du bist durch. Dann mach mal fertig. Dann mach mal... Ne, die Feuern greifen aber im Licht eigentlich auch nicht. Machen wir mal ein paar davon. Mach das... Moment, das brech ich bei mir jetzt ab. Und leg das Zeug hier rein. Wo ist denn das Holz? Hier, Holz. Ein Verkabel. Attacke. So, dann rein mit. Die Dampfmaschine brauche noch ein bisschen. Bahnräder bitte her. Fließbänder. Fließbänder können wir aber noch ein paar machen. Eisenstangen kann man immer brauchen. Alles her mit. Gut. Läuft. Hier ist schon wieder der Sprit zu Ende. So, sehr schön. Und hier auch... Ja gut, wie gesagt, Stein habe ich hier noch. Nur 72. Da brauche ich erstmal nichts machen. So, das produziert. Dann haben wir hier schon noch gar keins. Oh, das läuft aber sehr langsam. Komm, ich mache jetzt noch diese... Moment, die eine Turbine habe ich ja tatsächlich. Jetzt habe ich genügend Strom. Wobei, es läuft nicht alles. Der hier läuft nicht mehr. Ich habe auch kaum noch Kupferdinger. Dann mache ich da mal wieder welche von. Kupferkabel. So, das läuft auch recht langsam durch. Ich könnte natürlich schon mal ein Forschungslabor bauen. Aber wenn ich das hier ranhänge, ich weiß gar nicht, wie viel Stromverbrauch braucht das. 200 kW. Ja, da müsste ich noch viele davon, weil die produzieren nur 20. So, ich müsste 10 Stück bauen, damit ich das Forschungslabor betreiben kann. Das ist es mir dann doch nicht wert. Machen wir mal kurz die Turbine hier noch weg. Oh, dann kriege ich sogar noch 2 Eisenplatten. Auch nicht schlecht. So, das ist schon wieder 100 Stück produziert. Das freut mich. 96 davon. Das ist auch schon wieder 88. So, du hast jetzt wenigstens 5 schon mal fertig. Das ist gut. Dann habe ich hier 20 neue. Das könnte für die Dampfmaschine reichen. Gut, damit sind wir die erste halbe Stunde schon am Ende. Grundversorgung läuft. Ich nutze davor den Strom zu erforschen. Da oben die Dampfmaschine und dann kann ich das erste Stromkraftwerk bauen. Und dann geht es auch schneller voran. Ja, dann machen wir an der Stelle Schluss. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dahin. Ciao. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.